Fußball-Bundesliga-Sturm Peter Zuli spricht über Wechsel im Transfer-Finish Graz, Montag 7 und 20. August 2018 13.56 Uhr Nach den sportlich durchwachsenen Wochen beim SK-Sturm ist es um einen möglichen Wechsel von Peter Zuli ruhig geworden. Bis kommenden Freitag ist noch Zeit zu wechseln. Dann schließt das Transfer-Fenster in Österreich. Nach dem jetzigen Stand bleibe ich bei Sturm. Aber in den letzten Tagen der Transferzeit kann es oft schnell gehen, sagt der Mittelfeldspieler gegenüber der Krone. Selbst will sich der Spieler der Bundesliga-Saison 2017 18. nicht allzu sehr mit dem Transfer-Thema beschäftigen, mein Berater weiß, was er zu tun hat. Wenn er sich meldet, meldet er sich? Wenn nicht, eben nicht. Nach zwei Assists zum Bundesliga-Auftakt gegen Hartberg wartet Zuli seit vier Liga-Partien auf einen Scorer-Punkt. Typico Sport werden jetzt 100 Euro Neukundenbonus sichern. Textquelle Urheberrecht Laola 1.at 52. Sieg. Sebastian Vettel überholt Alan Prost zum Seitenanfang. Mehr zum Thema kommt unter Strich Count Kommentare Rechtliche Hinweise. Die Kommentare der User geben nicht notwendigerweise die Meinung der Laola 1 Redaktion wieder. Laola 1 behält sich vor, ohne Angabe von Gründen Kommentare zu löschen, insbesondere wenn diese Straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen von Laola 1 zu widerlaufen. Wir verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf unsere Nutzungsbedingungen. Der User kann in solchen Fällen auch keinerlei Ansprüche geltend machen. Punkt. Weiters behält sich die Laola 1 Multimedia GmbH vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen.